So Leute, da sind wir zurück gegen die Remasuris und wir spielen Elsbeth. Ach ja, Magic ist schon ein schönes Spiel. Jupp, behalte ich. Kann ich nämlich hiermit auf Weiß gehen. Und kann dann schon eine Menge anrichten und wenn ich dann irgendwie ein Blaues zusammenkriege, hat er ein Riesenproblem. Jaja, komm, alle am ersten Schlag, ist mir total egal. Was ist kein Blaues, ist ein Weißes bitte, ja? Und auch hier andere Musik, richtig cool irgendwie. Mit verschiedenen Musiken, mit der unterschiedlichen Musik. Ja, aber 3 habe ich gegen 3 habe ich. Und wenn du jetzt angreifst, greife ich dich für 2 zurück an. Ist ihm egal. Okay, dann greifen wir für 2 zurück an. Ist immer noch kein Blaues. Komm schon, Deck, lass mich nicht hängen. Mann, oh Mann, oh Mann, schrecklich. Schrecklich sowas. Schock. Heim anhalten. Nein. Oh Gott, jetzt habe ich ein Problem. Sogar ein richtig großes Problem. Das ist kein Blaues ist. Nee, das ist nicht. Shit. War echt zu langsam. Da hat er wenigstens sein, sein grünes. Shit, shit, shit. Und gimme. Komm, fuck off. Nee, 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 das ist noch nicht verloren. Ich will es nicht aufgeben. Yo, noch mehr Mana für dich. Genau, Arschloch. Plus 1, plus 1, alle. Unfair. Noch ein grünes. Oh. Sowas macht echt keinen Spaß. Yo, komm. Fuck off. Das tue ich mir nicht an. Das ist mir zu doof. Ja, diesmal brauchen wir da ein grünes. Mal gucken, ob wir das ziehen. Ich glaube nämlich nicht dran. Muss ich ehrlich sagen. Der Engel ist übrigens saustark. Schock. Auf mich. Ernsthaft? Wow. Ich bin begeistert. Ich bin ernsthaft unglaublich begeistert. Ich bin echt. Doch, ich rauf. Ich rauf. Den hier kannst du nicht shotten. stan. Ah, Entschuldigung. Okay, dachte ich mir. Das ist weiß übrig, das heißt, er hat nicht noch einen anderen. Er hat ein paar... Warum leckt denn das jetzt so? Okay. Erstmal das Ding. Und zwar zecken wir das auf grün. Dann spielen wir den. Und den. Ich frage mich, warum das heute so stark am Längen ist. Das finde ich irgendwie überhaupt nicht cool. Ich weiß nicht, was da wieder im Hintergrund los ist. Aber in FPS, die springen hier rum wie... Alter. Naja, da kommen die drei Damage nämlich. Ne. Wir warten erstmal ab. Sofern können wir ihn pumpen. Und blocken. Jo, mach du mal. Ja. Ja, pump du mal. Blocken. Oh, geil. Das gibt Leben wieder. Das gehört richtig gut. Dürfen wir uns sogar wieder auf 20 hauen. In die Fresse. Bam. Bäm. Tja. Kurz Lebenspunkte getauscht. Mach du mal. Ja. Er hat Schiss, dass ich mit beiden den 2-2er blocke. Der den allen verstärkt. Aber das war ich nicht. Zum Angriff. 8 Leben wieder. Der Engel ist so gut. Jo, mach du mal. Wundert mich, dass es keinen irgendwie über 100 Leben oder sowas gibt. Oh Gott. Path of Day. Gehen. Keine Ahnung. Immer noch ein Weißes. Immer noch ein Weißes. Was? Das ist krass. Und doof. Richtig doof. Alter. Vor allem, weil wir ja schon hier, dass wir so viele Länder im Friedhof haben. Jawohl. Zwei weitere Länder. Come on. Prügelt ihr uns runter auf 20. Komm schon. Zwei weitere Länder. Irgendwie. Bitte. Komm schon. Nein, du bist kein Land. Scheiße. Alter. Das darf doch nicht wahr sein. Ich hätte das Ding umwandeln sollen. Ich hätte wieder blocken sollen. Alter. Was geht denn jetzt ab? Tada. Noch ein Land. Ah, und mit einem kleinen angreifen sollen. Damit schockt er einen kleinen. Okay. Alles klar. Ich weiß nicht, ob das intelligent oder dumm war. Ich glaube eher, es war dumm. Kann man ja nicht anders. Ach ne, er darf ja bestimmt. Jo. Mach du mal. Jetzt kriegen wir die einzeln los. Ich würde jetzt glaube ich immer noch angreifen. Okay. Dann sind wir noch auf sechs. Dann sind wir auf fünf. Dann sind wir auf drei. Dann sind wir auf zwei. Dann hat er keine mehr. Und wie gesagt, wenn wir jetzt irgendwoher, warum auch immer, wir in ein Land ziehen sollten. Wenn wir in ein Land ziehen, ist es so gut wie für ihn gelaufen. Oder so eine Standard-Landumwandlungskarte. Das ist ja auch geil. Fünf zu vier Lebenspunkt. Yay. Das könnte uns in den Sieg bringen. Dieser kleine Eins als Flieger. Das könnte es gebracht haben. Alter, es ist ätzend. Aber Gerdon zu spielen ist echt nicht lustig. Dann hat er noch einen Lebenspunkt. Dann hat er noch einen Lebenspunkt. Das war's. Geschafft. Die Musik macht mich melancholisch. Gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.